Willkommen zu einem neuen Part von Monster Hunter Free Ultimate heute mit dem schwarzen Diabolos genauer der schwarze Diabolos hatte dem natürlich liebevoll integriert in der Monster Hunter Welt aber der ist blau, sieht die das nicht? Ja, der ist eher blau als schwarz ähm, erklärt ist der Nomadenchef die Details, ich sag ihm scheusslich glänzenden Körper ich verndarrt was egal, ich verndarrt habe ich schrei, der die stille der Nacht zerries Wachse ist der Kreatur, aber es ist immer beleidigend gegenüber zu treten, bevor sie die Sandebene gästlich mit Blut drängt okay ich dachte, die wären Vegetarier wir haben ich guck mal, wie alle tat es ist eine Reise, gut, gut Monat hat Sprünzlechte brauche ich auf jeden Fall und los geht's Leroy im Monat Kuschel und Sonntag 4 raus oh, darauf folgen mich schon alle Monster wie den von Neu töten ja, eigentlich schon, ne weil wir wahrscheinlich sehr, sehr viele gemacht das ist halt so wie Minecraft, die, dass man neue Welt starten, das heißt neue Dias suchen hab ich vollgabt? okay, dann habe ich ja, du könnt alles machen vor, ne ja, das Rüstung sammeln, nervig ja, der Anfang war auf uns hat, dass sie sagen, am schwierigsten oh ja, wenn du auch nur so eine Jägerrüstung hast, dann auf einmal dein erstes großes Monster siehst ja, der Großjänger war so richtig heftig früher ja, aber für Anfänger ist es schon richtig hammer vor allem, wenn du dann noch einmal in Wald auftauchst ja, und du dann nicht mal hin kannst ja, man kann da noch hin, weil ich nur auf die Gefahr, sie es hat in Großjänger auftauchen könnte oh, Herr Marcel oder bist du ja, wo ist er jetzt? okay, ich bin gerade hier sicher, ich bin gerade hier sicher, ich bin gerade hier sicher, ich bin da, ich bin da vor meiner Nase aber auch, okay, ich hab ich hab kein Hesse, ich hab mein Kälter, ich hab mein Kälter, ich hab ein Eisgetränk mit und gleich ist, weil ich weiß, ich hab schon vorbei, denn weil das sind nur ein paar Schneege ich sollten ihm erstmal mit Papern machen oh, jetzt ist er jetzt sieht er wirklich schwarz aus oh, vielleicht weil es nacht ist vielleicht, wenn wir lang genug warten, ist es Tag oh, nee, diesen Angriff hat sie ich hab gesagt, rennen ja, schwarze Diabolos und der seine Unterarbe, weil ich kann es kapiert, was denn jetzt sein soll das hat schwarz, da finde ich auch etwas nebenbei da hinten der Giftlu, also der Niederluf oder wenigstens, was aus dem Ausweichen, das gibt und dort ist der schwarz, ja, was oder grüne Bläser, der macht auch gar nichts was ist mit Nassung und Ratterlos? ja, der, der eigentlich auch nicht ja, war ja, war dieser Dienste der Sandbahn hier und so, der ist auch noch in Ordnung oder Schäkbar, oder? ja, die, die anwesend anwesend werden, die, die anwesend anwesend bekommen, weißt du, wobei die Schwarz-Jahr-Geräusch hat unnötig der Hasskirch vor Ort aus der Verbrechung wie sei es auch gepräftet wird der Zeit war kommen und reicht alle drei Reiter weit aus ich mag ihn nicht wir haben uns an die Läder geändert ich bin bald wo er ist sie verdammt viel abwählen ich habe ich werde immer sterben ich will ich habe keine heiße tränke mit domi ich bin auch nicht tot ich warte halt bis jetzt an welchem lager kommt sie gibt es mit spannender partner ist ja nur halt nur ausdauern wir uns ausdauern ist nicht so wichtig wie kp ja schon aber ist auch nicht unwichtig dass ich ihn angreifen kann und das nicht umräumt gleich mal ausdruckst du hast du den ein paar treffer mehr treffer so besser verdammt viele kaffee wenn ich mich erinnere ja das hier so ein monster wo man denkt auch hat er viele kopieren auf den dazu umbringen das hat man schon auf der fall ja danke ich kann nicht nur ein vertreffer immer diejenigen die es nicht wissen es gibt zwei von diesen ja die sind die typen sage ich jetzt mal das schaum kann war die haben praktisch die selbe die haben andere fähigkeiten rasten oder das gehört ist nicht so demonstrat ist das jahr hat genossen sind ja wir wollen nicht mal spiel sagen so einfach nur die monstern hier ja und heute dazu trägt verraten aber jetzt von diesem monstertrick so wurde dann heißt es macht die nächste hier guckt euch einfach die normalen die haben wir sagen ja aber auch die nicht aber er muss ich aber erst nicht ich weiß es nicht für mich mal so ein bisschen tot wenn er sich was ein bisschen trug kommt ja wenn er immer so hinrennt dann hat man kaum übernehmen chancen und mal sehen wir haben die super rüstung kommt dann schreit was und der Fall einer Auszeit der Rüge kann durch Spinnen der Schwarz nach nach die Kriste die drei Jahre sonst vorhanden an den Augen dort auch Hilfe aber irgendwie die Städte der Grecke über wo es nicht mehr heilen die Züge ja mag nicht errennt einem anderen dort wo er aus dem dapd er hat der politik um das sei das bei den jahren das der andere der öfter rempels hast du dann gehört sind halt nur nervig wo sie verdammt viel ab ich kann kommen aber wir haben auch der verdammt gute rüste ich wüsste dich auch wirklich bereit dafür sein sollte zu besiegen aber ich habe ein mega mega tränke mehr jahre schon lange nicht mehr mir so ihre maus hat sie sich in monstensorten eine falle einsetzen weil ich auch stieg gleich du sagst schon es zu ihm es ist ein monster kann doch erst sagen ja das heißt es ist eine sie oder näher das ist mir egal und auch den falschen weg gewählt weil ich dachte es ja eine abkürzung das ist der nieder ich weiß nicht dass auf jeden fall eine falle einsetzen ich hoffe mal dass er hier nicht ist nein der ist in der wüste ich bin da was lang gebraucht ich weiß doch immer noch lang warum ist denn ich in eine höhe gegangen bin ich ja jetzt oh gott die sandwüste die kenne ich jetzt mittlerweile so lange und trotzdem ja ich war wenn wir dass du ewig hier brauchst er war schlecht und brauchst du ewig hier für so einen weg war ja auch mal den falschen gegangen will ok er ist gerade eingegraben nein ich habe es nervt weil ich glaube wenn er so gut nein doch nicht er kriegt schon wieder ein nachher ich fühle ich ja bitte da schon wer es hält richtig heftig wo ich hast du das in die sucht wo ist das hier kalt verdammt ja es ist kalt ok er sagt ja nicht nicht aber vielleicht geht er gleich mal das zurück rein hier ich glaube das wartet und jetzt kommt der in bad amt noch mal renn um dein leben rein und stirb stirb ne echt jetzt kommt da eine rüstung durch ja schon ja ich hab's auch deswegen schleim 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 ihn voll auch er ist halt in wenigstum wenn er nicht so da bin ich mir sicher aber er hat nur noch so eine Bissbombe eigentlich ja ich habe jetzt mal dass er auch fliegen kann ne das meine ich nicht eine Bissbombe um zu Fallgrube nein der kann nur fliegen und dann kann man ihn auf dem Boden ja und man kann auch einfach wenn er in der Fallgrube ist auch eine Bissbombe einsetzen und dann wird er noch eine Weile nach Halle legen ich weiß aber ich würde lieber wenn er in den Hof fliegt und dann oh da fliegt kaum jetzt hier haben wir genau aus der Falle fliegt er oben raus dann weiß ich nicht ob das so geht doch du musst halt auch er hat auch eine Wüste von der Kerne jetzt komme ich ganz schön jetzt hau ich mach zurück was du mir macht boah das ist boah das ist boah also ich hau ich rechne mich jetzt ein bisschen an den was er mir am Anfang abgezogen hat und ich kombiniere mir ein bisschen ein allgemein ich werde gerne Blitzbomben ausziehen jetzt noch nicht mal Sprint sagt dann zählt keine Ausdauer ja okay so ja ja nur kamen ich hoffe jetzt ist das bei diesem Monster doch nützlich weil das ist ja nicht jeder an der Fall aber und die das schlags von dein Schweif das ist so nervig ja ja das war wohl ich habe sonst noch ja vorjahr auch meine Güte ich habe eine Macht so an die Ehepaar schon wieder gut weiß denn wie sie gleich wollen 2 3 schlägt ich konnte drei Schläge treffen man macht man auch noch naja ja es ist extrem abnehmen noch mal im Heißerlke vergessen man ist man das ja nachts weil ich komme hier an seinen Kopf vorbei aber mann auf der schweigt war der rennt auch wieder wir haben auch ständig wir dürfen nicht aufgeben ja auch auf dem Boden geserbt er hat dann von der Schweiz aus dem Haken damit er hat noch mal über den Wort abgehauen ich komme in die Stadt Neuweichel Abfall sollte mehr Euro mitnehmen können also welchen ist oder wie ich also die weil ich bin jetzt tot ich halte müssen alleine mit ihm Köln worauf ich sie liefern die Verweichheit Bord der Haut mir noch mal mit dem Schwein hinterher jetzt bei hatte er vorher heißen trinke und viele es geht schalbomben schalbomben verstehe nein wenn er im boden ist damit auslocken ich mache gar nicht immer so ein angriff auch mal schnell zum weg ich wollte noch so weg springen war nervt der heute wo ich bin ich nicht so gut oder lebenspulver oder lebenspulver kann er nicht auch bei gestern dem senden ja ich habe sie vergessen und dann machen der hat alles dabei schlecht da und es handelt einfach so viel Kampoßen und so anwohin er fliegt ja ich wollte das Leben er auch mal wieder ewig ja schon mal dass noch alles mitnehmen musste es gibt abkürzungen ja auch hier will ich gewinnt erlaubt mich gar nicht schnell zu sehen was er war da hinten raus so eigentlich und auch noch mal ein das ist so blöd immer kann ich ja gleich mehr ausweichen wird macht ich bin abkürziger unter der erde gehen kann aber scheinbar ausgleichen ja auch nicht wenn man hier ist der fein unter der Hörter der Fall war auch gar nicht hin Schockfaller einzusetzen müssen das ist ein Schockfaller noch keine hier ist drin ultramächtige kombi es war der wobei waren die fertige das ist einfach gut der Karte spät konnte nicht immer werfen Prozent und ich kann die Bewege und erwidert wird der Verlierer ist war sie darf er ausdrucken wer werft das ist auch zu lange es gibt anfangs gelang es dauert nur lang dort am Rumpel ist also an ja das Gleichgewicht verliert aber so wieder unter ein runter ist dann immer das leichtgewicht und kann sich nicht bewegen und dann ist dann praktisch schon das opfer entscheidend er nervt brauchst du ein heißes fängt ja wenn es gibt es war ich sollte reichen also in den länden er konzentriert ein wort habe ich muss die geben ja wie soll ich die von sommer 2 2 1 2 und hier in dem See auch verdammt noch mal ich kann die jetzt nicht nehmen die Bedeutung der Runde dort die du bist du da ist abhängig aus der aberträchtig war wir zu überhaben es nur die Späder es ist nicht so schlecht Torwart der FD der auch gestorben wäre so weit eine neue Tränke da war auf der Kölner gestoppt wenn wir nicht bald besiegen das ist vorbei mit uns dort Farbeiler müssen die bald gesiehen das hier an den Moment Samstag mal das ist unsere Show hoffen ja er soll jetzt wenn ich hier die schweiberpacke da habe ich halt der piekisch war es noch nicht heute durch schocken ich komme gleich das ist ja wie schnell das geht sogar die momentan gesetzt das geht auch nicht schnell mein gebiet von euch entfernt dies um das ist so lange gebraucht in unserem Weg kommen wir nur noch vor meine ich in meine frage und schon heute keine chance aber wir haben jeder mal die mega tränke aus ich glaube ich einfach nur ein bisschen auch schon an aus hier auch erst die gefahrten ich habe nur eine abbekommen man muss immer damit rechnen dass du vielleicht nicht da ist er ja bald dort ja das ist auch meine hoffnung kann immer fahren sein irgendwie von nach so hohe klippe gesprungen ist das nicht über das sterbegebiet gewesen weiß ich nicht kann sein ich komme an und es schreit das ist eine lebensanzeige wenn man letzten männer kann die verschwenden macht noch zu kommen es ist keine verschwendung verdammt darüber wie ich der gestehrte so wenig erzieht um ein halb ich mich und hab noch max kapitel selbst immer so ein ja ich will nach komo vor dem geraten Prozent jetzt sowas auch nicht mehr du hast Kinder damit vorbei gerutscht ja jetzt bin ich aber gut da noch nicht doch wenn ich nicht gut meine Güte und die Tänke endgültig erholt die Ausstattung jetzt kommen da haben meine Güte sie redet mich auf dass die Götter da aber packieren also welche gestalt wurde aber so schnell es existiert nicht was ist das schon der Veränder der wobei es aber nicht verlieren der Fall ist schlecht wie erst oder weil ich will werden kann er kann doch mehr traurig werden ja hat man ein Tränker meine Güte sogar herrn hier sieht er mir verdammt viel da ab setzen hat man schon mal ja ja aber mir einfach okay die Warnkarte an unsere Grenzen aber wir haben es geschafft das in Ordnung das finde ich ja so lustiger Monster man denkt auch es sind so ich dachte sicherlich aber gerumpelt euch habe schon so dass es das Scherbengebiet ist und da ist es dann gestorben in Ordnung alles ganz ist ganz in Ordnung schweißte die jahres sachen eine große und ja was sie mich kommt da er weiß dass sie mittlerweile irgendwie vergessen haben die treu ist so nach dem Kampf zu tanzen ja ich würde lieber jahres und selbst jahres überlegen schlau ist der bildschirm plötzlich dunkel geworden ja was machte sie in der höhle sind und ich werde von dem lichtgebiet im dunklen gebiet gewechselt bin ja das kommt so rein das kommt so komisch egal das haben wir schon mal ein todesstoß rückenmarkort rückenmarkort wir waren niemanden wir sind sogar längst schon gefahren dann besiegt waren so wie wir müssen gucken was ich diesmal bekommen hat nena verstöre ja nicht das längste guckt darum besteht rekord und darunter aktuell auch neu finde ich auch seltsam was weiß aktuell ja das was vorher war das ist kleiner siehst du aktuell ist kleiner als das alter ist aber auch hier oder da neu ja weil wir ein neues kleines getötet haben doch so ganz klar dann werden wir jetzt den part und bis zum nächsten part von monstert of the ultimate